Hallo, guten Morgen. Ja, wir haben jetzt 6.30 Uhr. Ich habe es geschafft, so lange zu schlafen, also halt eben 9 Stunden. Aber ich bin ein paar Mal natürlich aufgewacht und ich gehe jetzt kurz ins Sport, aber wirklich nur kurz, weil ich ja wirklich ein bisschen erkältet bin und ich spüre es echt voll bei meinem Hals. Deswegen gehe ich da jetzt auch kurz hin, dass ich ein bisschen in die Gänge komme, weil in Deutschland haben wir ja jetzt 11.00 Uhr nachts. Ich muss sagen, ich war hier in Südkorea noch nie im Vetterstudio, deswegen schaue ich mir das mal an. Okay, es ist mein volles Vetterton. Okay, das ist voll wiesig. So, jetzt geht es endlich raus. Wir haben jetzt schon 11.00 Uhr und ich gehe jetzt auf den Berg hinterm Hotel, bis wir dann also in drei Stunden Stand-Up Paddling gehen und ich habe jetzt noch mein YouTube-Video geschnitten und ja, dann gehe ich jetzt mal los. Leute, ich habe nicht gedacht, dass es so steil ist. Schaut mal, wie krass und hier beware of realpics. Das ist voll krass. Die haben hier den ganzen Weg so ausgepolstert, so angenehm zu laufen. Und es ist so schönes Wetter. So, ich freue mich, jetzt bin ich gleich oben. Hallo, Baby. Geschafft und hier mitten auf dem Berg ist einfach ein Fitnessstudio oder zumindest halt so Geräte mit einem Spiegel. Also ich finde, sowas sollten wir auch mal einführen in Deutschland. Ich finde, das ist voll wiesig. Ja, ich finde es sehr leid. Der Berg da hinten ist, glaube ich, der, auf den wir morgen drauf wollen. Oh mein Gott, das ist so schön. Und das ist mega heftig. Oh mein Gott. Okay, ich liebe Asien. Sieht so schön aus. Das ist das Buch, was ich gerade lese. Das ist echt mega interessant. Und dann steht hier, dass bei 95% der Menschen eine Weltreise zu dem Big Five Verlag gehören. Also das Buch, das ist echt richtig, richtig cool. Mega interessant. Hey, ich bin wieder zurück. Und ich schaue jetzt gerade Once Upon a Time weiter. Also ich bin jetzt mittlerweile schon bei Folge 7. Ja, es gefällt mir jetzt echt gut. Und es war echt mega cool jetzt, das Fahrrad an. Ich freue mich jetzt mega auf morgen. Und es geht jetzt gleich in einer Viertelstunde los für das Danner Paddling. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich wollte das echt schon immer mal machen. Ich bin so aufgeregt. Also wir fahren jetzt erst mal mit dem Taxi hin und dann geht's los. Und wir haben zwei Stunden lang das Board. Da sind unsere Bretter. Cool. Okay, es ist so schön. Das ist so geil. Oh mein Gott. Ah. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Das war's. Ja, 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 ja. Back again. Und ja, ein gemachtes Bett. Geil, geil, geil. Also wir haben jetzt hier Ortszeit 20 Uhr und wir waren jetzt eben Stand Up Paddling fahren und oh mein Gott, das war so geil. Das war so geil. Heftig. Aber mega anstrengend. Ich habe bestimmt morgen hier Muskelkater an meinen Armen. Aber ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Also Stand Up Paddling, oh mein Gott, ich kann es jedem empfehlen. Und danach sind wir dann auch nach Itaewon. Das ist so ein Studenten-Essensviertel essen gegangen. Und jetzt schaue ich noch ein bisschen an meiner Once Upon a Time Serie weiter. Und dann gehe ich auch schon gleich schlafen. Und dann geht es morgen wandern. Also ich beende jetzt das Video an dieser Stelle mal. Und wenn der Vlog euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.